Moment. Scheiße, ne? Ist mir nicht der Wagen, ist mir nicht auf dem Kopf, aber der Stoßdämpfer ist ab, ne? Ja, und Chris ist schuld. Er hat mich abgeleckt. Bin ich halt in den Bosch rein und du willst mich fotografieren, oder nicht? Naja, aber wir haben das alles wiedergefunden und ich denke, wir können das schön vertuschen, ne? Und wie willst du das Loch erklären in dem Stoßfänger? Das kleben wir an, ich hab noch mehr Sekundenkleber dabei. Das kriegen wir schon hin. Ja. Oder wenn nicht, ist auch egal. Wo sind denn die Dinger? Die sind alle abgebrochen. Scheiße. Aber das ist echt Schrott, das darf nicht passieren. Ne, überhaupt nicht. Hier war übrigens die Stelle. Hier war übrigens die Stelle. Man sieht, es war eine sehr enge Stelle. Man konnte diesem Busch gar nicht ausweichen. Wieso steht der hier überhaupt rum? Diesen Busch hier. Wieso, was soll der hier eigentlich? Scheiße. Lass uns mal weiter. Und diese Holz. Das Video kannst du beendet, wenn du nochmal drauf drückst.